Ja hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Können wir nicht mit einem anderen reden? Nee. Ist das hier auch so? Als ich überrasse, das, was du nennen Asbel, wird es nicht existieren. Du glaubst, dass du vollkommen aus dieser Ordeale zurück kannst? Ja, weil ich in dir glaube ich. Auf welcher Grund? Du brauchst eine Basis. Du brauchst eine Basis, um zu glauben in jemandem zu glauben. Aber wenn ich mich um Grund zu geben, dann ist es, dass du aus deinem Weg weg bist, um uns zu schützen. Also, du könntest mich über ein Jahrzehnt. Genau? Aber du hast nicht. Das ist warum. Wie schuldig. Wie schuldig. Ich gebe dir nur mein Körper. Und die Dinge, die zu verabschieden müssen immer wieder zurück. Pah! Du kannst mich nicht überraschern. Wie schuldig. 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 Man kann das ein bisschen mit Huber zu vergleichen. Nur ein bisschen. Von außen her beleidigt er Erspel und sagt, ich werde den Körper übernehmen und so. Aber innen, aber innen, harte Schale weiß ich erklären, das passt genauso zu Hubert. Ist er halt noch dieses kleine kleine Kind, was von seinem Stiefvater oder seinem Vater praktisch aufgezogen wurde. Ich finde das schon ein bisschen schön. Muss ich sagen. Das macht Lambda für mich schon ein bisschen menschlich. Ich weiß nicht mehr, die Team reden. Ich glaube nicht, dass Sophie nie wieder zurückkommt. Ist das richtig, Sophie? Du bist jetzt nicht nur der Herr von Lant, Asbel. Du bist auch Sophie's Vater. Also hoffe ich, dass du stark genug bist, um zu leben und deine neue Verantwortung zu erhalten. Ich verstehe mich gut, Lambda. Wenn du nicht zu verlassen meinen Bruder, werde ich nicht zuständig für die Konsequenzen sein. Es ist okay, Hubert. Du kannst ihn vertrauen. So, dann, wirst du gegen mich schützen, um diese Konsequenzen zu retten? Vielleicht bist du der Konsequenzen, um deine Leben zu riskieren. Und zwar, Reckless Courage hat seine eigene Konsequenzen. Ich würde gerne mehr von deinem Idioten sehen. Depending auf deine Aktionen. Ich könnte dir einfach nur meinen Dank zeigen. Was ist diese Konsequenzen? Das ist nicht Asbel. Ist das Lambda? Sie sehen uns morgen, Hubert. Ähm, ja. Ich sehe dich morgen morgen. Ach unser Hubert. Wir lieben ihn doch alle. Kommt Leute. Na, Pascal. Lass mit jedem reden wieder. Das ist so schön. Ich liebe sowas. Jetzt, lass mich einfach den WAM BAM. Was machst du, Pascal? Okay, also ich dachte, wie unfair es war, dass Asbel hatte die Korte. Also, ich habe ein neues Plan. Sag Hallo an Mecha-Asbel. Das ist nicht Asbel. Was? Oh, komm mal. Es sieht total wie ihn. Nein, es sieht nicht. Aber was hast du mit dem? Das ist genau so. Siehst du? Ich dachte, wir könnten nur Lambda zacken sich in Mecha-Asbel hier, bevor er alle die Elit absorbiert. Wie geht es, Lambda? Impossible. Er sagt nein. Komm schon, Lambda! Dieser Plan ist großartig! Okay. Ich denke, es sieht wirklich nicht wie du, nachher. Du denkst, das ist das Problem? Na, Lambda nur hilft, weil er dich liebt. Ja? Ich denke, es ist eher kompliziert. Also, wenn er nicht mag meinen Robotern, muss er sein, weil er nicht so wie du ist. Ah, nicht zu mir. Du bist dann so schön, Herr Augustin! Die Leute sind immer sehr arrogan. Die wissen nicht zu viel, die es wird nicht zu einer Zivilisätin. Sie können nur so aufregeln. Und trotzdem, ihr verpasst in glauben, dass ihr unsere wissen kann von anderen helfen. Hey, stop saying things! Huh? I didn't say anything. Your technology is too primitive to stand a chance of containing me. And yet I am curious to see what your determination can accomplish. Give your all to the effort, child of Amarcia. Okay, okay. I'll stop trying to get you out of Asbel. I'm surprised you'd give up so easily. Oh, I'm not giving up. I just think it's time for me to sit back and see what Lambda's all about. Hmm. Maybe I can turn Mecha Asbel here into a weapon for tomorrow. Pascal, don't forget to take a bath. Yeah, yeah, I know. Good night! Was nochmal zu Hubert. Hubert? Guten Abend. Pascal, da ist doch bestimmt was. Schlaf gut. Leute! Ey, ihr beiden, ey. Ihr, ihr, ich könnte, ah, so eine, äh, schellern. Ah. Das ist, das ist wie bei Sherry und, und Asbel, nur dass Hubert Sherry ist und Pascal der Erste. Und dass Pascal noch weniger schnallt, weil Hubert noch weniger was macht. Still busy, I see. Yeah, just tinkering with stuff for tomorrow. What are you doing up, little bro? You all worried about your big brother? In a way. Aw, he's gonna be fine. I don't think Lambda's gonna try anything funny. But even so. I getcha. You never know what's gonna happen until it does, yeah? But gosh, little bro, you sure do worry about Asbel a lot. Stop calling me that. I'm a grown man. Why, even now I'm considering an offer of marriage. You're getting married, little bro? Aw, congratulations! Aw, Pascal! Aw, Pascal! Congre... no, that's not... I'm not going to accept. Wuh... how come? Because I... because... Because my everywaking thought is consumed by you. Um, yeah, I guess I kind of figured that. You... you did? I mean, well, that's not a bad thing, is it? Don't you worry, little bro. I promise to take a bath before the ceremony! What? Hey, I totally understand. You don't want some smelly friend stinking up your fancy wedding. So I'll take a bath and use soap and everything. Okay, now let's see what you can do, Mecha Asbel. Oh my god, oh my god, I'm still getting an offer in this game. Wie... Wie kann man... Oh, Pascal... Ich hoffe... Oh, nein. Nein, Leute. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Immer wieder ein Reich geben. Don't you two think you should get some rest? Captain, I can't sleep. Will you just talk to me? All right. You said you were scared of losing the ones you love, right? I know how you feel. I know it better than most. But you must not let yourself be ruled by fear. Let me ask you a question. What's the best way to be with those you love? To protect them? Correct. But to do that, you must transform your fear into strength. Fear into strength? However, strength alone is not enough. You must also believe in those you love and honor their feelings. The better you know a person, the better you know a person, the easier it is to keep them safe. You are an ancient creature, Sophie. But in many ways, you are still a child. Life has lessons yet to teach you. Some will be enjoyable. And some will come with pain. You must face the painful lessons and learn from them. It's the only way to grow stronger. When we have finished this business with Fodra, you will be stronger for it. And then I can protect you all? I have no doubt. Thank you, Captain. Same to you. Good luck tomorrow, Asbel. The fear of loss is strong in you. It is a fear honed sharp against a stone of countless pains. By showing these children the true path, you show it also to yourself. Fascinating. May your devotion to the path be a shining example to those around you. It's true. Perhaps they teach me more than I know. Captain Malick? Enough chatter. Get yourselves to bed. And that's an order. Yes, sir. Oh mein Gott, ey. Ich habe gerade vorher die Gänseort bekommen bei Malick. Alter. Was er da gerade geredet hat, das war... Wow. Das war gerade erst wunderschön, fand ich. Das waren wunderschöne Sätze, die er dir gesagt hat. Mit dieser Musik. Das war ein schöner Moment. Boah. Ich liebe das Game über alles. Wow. Asbel, Sophie. Can't sleep, Richard? I keep trying, but I fear it's a lost cause. I can't stop thinking about tomorrow, about what I would do if you ended up like me. I told you, that's not gonna happen. Remember when we were young? It made me happy to know that you trusted me. When I grew up, I made one terrible mistake after another. But it helped me to know that I could support you. Without that trust, I wouldn't be the man I am now. It's the same with Lambda. I need to trust him. I need to believe in whatever made him protect us. When Lambda was inside me, I... I was enslaved by him. I wasn't able to face him the way you can. We haven't spoken in a while, Richard. We used to feed off resentment, and it allowed our hatred to grow strong. We believed we could save the other from loneliness. But I don't need to tell you how that turned out. You and I are both indebted to this man. I will repay my debt. The path you choose is up to you. Lambda. Asbel, I just heard Lambda's voice. Sophie, I think Asbel and Lambda are actually getting along. You won't have to fight him again. I've decided to place my trust in Lambda as well. Thanks, Richard. Can you hear me, Lambda? I know that I failed you. And so you may not care what I have to say. But please, keep Asbel safe. Wow, I find the Lambda is very, very big. Shabby in the Lager house. Shabby in the Lager house. Shabby in the Lager house. Ah, ok, jetzt kann ich da runter und alles klar. Ja, ist nur noch Shabby. Hey, Sheria, bist du immer noch schuldig? Ich bin Angst, Asbel. Ich bin nicht schuldig. Oh, sorry. Look, kannst du nicht finden, um zu glauben, zu LAMBDA? Ich möchte, ich mache. Aber ich... Hör, lass uns eine Verzüge machen. Eine Verzüge? Ich habe etwas gelernt, von all das. Als ich jung war, dachte ich, dass meine Familie mich zurückgezogen hat. Aber jetzt weiß ich, dass sie so gemacht haben, weil sie mich interessiert haben. Also habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, dass ich jemanden interessiert, in der gleiche Weise interessiert. Und ich kann nur zwei Menschen, die die Bühne sind. Zwei? Bitte, nicht sagen, dass du mir planst, um eine andere Sofie zu adoptieren. Nein, Sheria. Was ich brauchen, ist jemanden, um die Sofie mit mir zu sehen. Oh. Diese Person hat immer so nahe ich mich, aber ich bin zu schuldig, um es zu sehen. Also, wenn wir zurückkommen, ich planne, zu erzählen. Aber jetzt, ich brauche Sie mich zu glauben. Und glauben, LAMBDA. Und warten wir uns beide. Willst du das, Sheria? Asbel? Asbel, wenn du eine Verzüge hast, musst du deine PINKE. Ich glaube, es geht. Okay, Sheria. Es ist eine Verzüge. Few know the preciousness of life, as you do. Huh? The man before you is a fool, but beneath his idiocy hides a layer of steel. I owe him much, and shall repay that debt to the best of my abilities. However, this fool dared to challenge even me, who knows what he might do in the future. He's already shown that he'll throw his own life away for the sake of others. Let him know you understand this, and hold him to his promise. That voice... Sorry, what? Uh, nothing. Listen to me, Asbel. If you don't keep your promise, I will never forgive you. Don't you say something for a promise? Cross your heart, hope to die, stick a needle in your eye. Okay, I'll look for a needle. Wow, you guys are serious. I guess I have to keep my promise, huh? You'd better believe it. Now, Sophie, make sure to take a bath and change your clothes before you sleep, okay? Okay. Alright, I'll see you both tomorrow. Sorry, looking at your face. When I first brought you home, he told me I'd never be able to take care of you. I wonder what he'd say now. I bet he'd still say I couldn't do it. I often wish I could see Dad again, just once. He was a good man, you know? He wanted the best for his people's future, and for ours. I want to carry his hopes and dreams into the future. Into the future. I want to help the people of Launt live happier lives, even if just a little. And I want the same happiness for their children and their grandchildren and onward. But I've only got one life, you know? There's only so much I can do. I guess it'll be up to my descendants to carry on the legacy. I hope they're up for it. I hope they think this dream is as important as I do. Too bad I can't stick around and see how it turns out, huh? I'll stick around. I'll stick around as long as it takes. I can tell your children and grandchildren. I can tell everyone about your dream. Will you trust me with your dream, Asbel? Sophie. It's hard to believe I was so worried for all this time. You'll never be gone, even after you die. Because your dream will live on. I have a purpose now, Asbel. I will see your dream fulfilled. You're really something, Sophie. You know that? I'm in the part here, guys. I have nothing more to say about this game. That's... Wow. You're doing well. You're doing well. You're doing well.